Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um 5 Dinge, die einfach nicht wahr sind. Was bedeutet das? Das soll nicht einfach nur eine Auflistung von Dingen sein, die grundsätzlich einfach falsch sind oder wieder Behauptungen, die falsch sind und andere anders behaupten, sondern relativ hartnäckige Aussagen, die immer wieder auftauchen, aber nun mal einfach nicht stimmen. Denn das können auch welche sein, von denen ihr immer noch überzeugt seid, weil sie nun mal eine entsprechende Popularität haben oder auch Aussagen, von denen ihr schon längst wisst, dass diese überholt sind, die sich aber irgendwie immer noch einschleichen. Auf jeden Fall sind das irgendwelche 5 Aussagen, das heißt nicht, dass es die Top 5 sind, aber auf jeden Fall 5, die mir immer wieder auffallen, die da sind und die einfach nicht wahr sind. Und das ist keine Meinung. Das ist einfach ein Fakt. Nummer 1 gleich mal an dieser Stelle, Supplemente bringen nichts. Das gibt es immer wieder von Hardlinern oder von Scheinintellektuellen oder von Leuten, die außerhalb der Matrix sind, sich nicht von der Werbung verarschen lassen wollen. Die behaupten immer wieder, das wäre alles nur Bullshit, das wäre alles nur Humbug und eigentlich braucht es doch nur richtiges Essen. Das ist zwar schön und eine romantische Vorstellung, aber Fakt ist, natürlich bringen sie was. Denn wer behauptet, Supplements bringen nichts, der behauptet auch, Nahrung bringt nichts. Denn diese kommen aus der Nahrung und diese enthalten nun mal Bestandteile der Nahrung. Und zwar genau die Bestandteile, die wichtig sind für uns. Gesund sind, uns erholen und regenerieren lassen oder auch damit eben den Muskelaufbau unterstützen. Und ansonsten bräuchten wir massenhaft Nahrung, um alleine schon zum Beispiel Kreatin zu erhalten, bräuchten wir massenhaft Fleisch. Aber dann gäbe es natürlich auch eine ganze Menge andere Dinge, die in Fleisch drin sind. Wollen wir die auch in Massen haben? Und das ist das tolle, Supplements holen uns die Essenz da raus und wir können selbst bestimmen, was wir davon haben möchten. Und natürlich, dass meistens auch noch schneller resorbierbar und so weiter. Deswegen grundsätzlich doch, Supplements bringen was. Natürlich ist es nichts, womit man auf einmal in den Himmel schießt und sechs Kilo zunimmt. Aber definitiv ist es auch nichts, was nicht bringt. Ganz im Gegenteil. Freie Gewichte bauen mehr Muskeln auf. Tja, auch das ist etwas, was sich unter den Hardlinern immer wieder hartnäckig durchsetzt. Wer freie Kniebeugen macht oder Kreuzheben oder Bankdrücken, der wird definitiv mehr Muskeln aufbauen, stärker sein. Und der ist ein richtiger Bodybuilder und wird auch später so aussehen. Das stimmt leider auch nicht. Warum leider? Es ist auch da eine romantische Vorstellung, dass man natürlich das harte Eisen anpacken muss, so richtig oldschool, um sich dann seine Sporen zu verdienen. Aber so ist es nicht. Man kann auch schöne Maschinenchen benutzen wie diese oder sogar Steckgewichte und trotzdem genauso muskulös aussehen wie alle anderen. Also auch aus solchen Übungen kann ein Phil Heath und Co. geboren werden. Nun ja, grundsätzlich mag ich freie Gewichte und das solltet ihr sicherlich nicht verachten, weil es einfach auch was anderes ist. Aber dass man nur damit die wahre Masse aufbaut, stimmt einfach nicht. Bleiben wir bei dem Stichwort Ernährung. Und das wird den wenigsten da draußen schmecken, die vor allem sehr auf Gesundheit achten, Natürlichkeit achten und so weiter. Und ja, auch hier muss ich wieder ein Leider ergänzen. Denn irgendwo gefällt mir auch die romantische Vorstellung und ich finde es sogar gut, wenn ihr euch natürlich ernährt. Worauf will ich hinaus? Das wahnsinnig sich durchsetzende Idealisierungsgerücht, dass echtes Essen viel mehr bringt, als würde man nur die Abkürzung nehmen und sehr viel Supplements konsumieren. Ja, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Das wird immer wieder betont, muss auf jeder Packungsbeilage stehen. Und ja, wahrscheinlich ist es auch sowohl für euren Magen besser, als auch natürlich für die Abwechslung, wenn ihr statt nur Proteinshakes zu nehmen, einfach auch mal andere Dinge in eurer Nahrung drin habt. Aber tatsächlich gibt es keine großen Studien, die belegen, dass wenn man sich seine 200 Gramm Protein, sage ich mal, nur von Proteinshakes holt und nicht von irgendwie anderen Nahrungsmitteln, Nahrungsmitteln, dass das auch wirklich weniger bringt. Ihr solltet auf eine ausgewogene Ernährung achten. Aber ich würde behaupten, selbst wenn man jeden Nährstoff zu sich nimmt, aber fast nur mit diesen künstlichen Supplements, und das will ich hier bloß nicht, bitte verwechselt das nicht, ich will es bloß nicht idealisieren und sagen, mach das, das ist okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die Nährstoffe Nährstoffe bleiben. Das, was ihr zu euch nehmt, ob es ein Vitamin A von irgendwelchem Obst ist oder Vitamin A von der Tablette, es wird aufs Gleiche hinauslaufen. Ja, esst vernünftig, esst gutes, richtiges Essen, aber lasst euch auch nicht unbedingt einreden und idealisiert das Ganze. Nur das ist das Wahre. Mehr bringen tut es nicht unbedingt. Ihr könnt hier und da mal die Abkürzung holen, aber es macht einfach auch Spaß, mal sich vernünftig zu ernähren mit richtigem Essen und nicht einfach nur die ganze Zeit Shakes. Wo ist bloß ein Fitnessstudio in der Nähe, in Hougada, in Ägypten oder in Italien oder auf Mallorca, wenn ich den Urlaub mache? Ich muss es wissen, denn sonst verliere ich ja Muskelmasse. Tja, ihr kennt das. So oder so ähnlich denkt ihr. Oder kennt ihr Leute, die so denken? Leute, die denken, dass wenn sie in Urlaub gehen, ihre hart verdiente Muskelmasse verlieren werden, weil sie mal zwei Wochen und selbst wenn es drei Wochen sind, drei Wochen gar nichts machen, außer faul in der Sonne zu liegen, vielleicht mal einen Spaziergang in die nächste Stadt, Eis essen, gut essen und so weiter. Nein, ihr verliert nicht großartig eure Form. Ganz im Gegenteil, ihr werdet wahrscheinlich sogar, wenn ihr da komplett auf Erholung setzt und damit meine ich nicht mal Liegestütz machen, keine Sit-Ups, nichts, dann werdet ihr danach wahrscheinlich sogar stärker starten. Viele auf diesem Kanal haben das mal ausprobiert, ein Experiment, das seht ihr da oben. und haben eine positive Rückmeldung gegeben, haben auch verwundert festgestellt, stimmt ja, ich bin sogar stärker geworden, wie geht das? Aber so viele da draußen suchen immer noch nach dem Fitnessstudio und ja, spätestens dann solltet ihr euch mal darum kümmern, vielleicht euer Seelenheil mehr in Anspruch zu nehmen, denn eventuell könnte es sein, dass ihr schon zu tief in diesem Fitnesswahn drin seid. Wenn man es immer nur erhalten muss und gar nicht mehr anders kann, selbst wenn es euch Spaß macht, aber man braucht das doch nicht das ganze Jahr über und dann ist es sogar produktiv, konstruktiv für euren Körper, wenn ihr mal eine Pause bekommt. Pausen können positiv sein fürs Muskelwachstum. Das muss man erstmal in den Schädel bekommen und ja, dazu gehörte ich auch, das musste ich auch in den Schädel bekommen. Also insofern ist es gar nicht ein herablassendes, ihr da draußen, sondern wir haben das alle mal irgendwann durchgemacht. Aber lasst es euch gesagt sein, das ist einfach nicht wahr. Erholt euch, macht Urlaub, kommt zurück und tut was. Und bevor wir zu dem Allerletzten kommen, abonniert den Kanal schon mal jetzt, bevor ihr das vergesst, das ist nämlich ganz wichtig und lasst mir gerne einen Like da, wenn es euch bis hierhin schon gefallen hat. Ihr könnt danach auch das wieder wegklicken, wenn euch das nach dem nächsten nicht mehr gefallen sollte. Genauso wie Protein Arena vorbeischauen. Dann kriegt ihr euch eure Supplements. Ihr habt gemerkt, ja, die können effektiv sein und das nicht nur zum Verkauf, denn ich habe nichts davon, aber ihr spart Geld mit dem Code GOTTI15 bei Protein Arena. Macht das ganz gerne. Und nun kommen wir zu einem der wichtigsten Dinge, die man wissen muss, die einfach nicht wahr sind, sich aber unglaublich durchgesetzt haben. Und zwar, dass Studien belegen, dass mehr als einmal die Woche trainieren wesentlich besser ist und mehr zum Muskelaufbau führt. Es ist einfach nicht wahr. Und es ist nichts, was ich erfinde, nichts, womit ich was verkaufe. Hinterfragt mal, warum ich euch das sage. Um mich wichtig zu tun, kann ich gar nicht. Wenn, dann wäre ich höchstens der Loser und der Trottel, der etwas behauptet, was die Wissenschaft schon längst belegt hat oder widerlegt hat von früher. Das ist nicht der Fall. Ich versuche euch keinen Trainingsplan zu verkaufen, nichts dergleichen. Ich sage euch das, was eigentlich jeder Trainer weiß und was seit Jahrzehnten gemacht wird und gelte als revolutionär hier schon fast. Weil Fitness YouTube es wirklich vermasselt hat. Die Studien wurden falsch ausgelegt. Und ja, wenn ihr mehr Video dazu sehen wollt, warum diese Studien falsch belegt sind, obwohl es auch schon Videos dazu gibt, dann bitte lasst es mich gerne wissen. Aber der Kernpunkt dieser ganzen These ist, dass man herausgefunden hat, dass die Proteinsynthese bei natürlich Naturaltrainierenden öfters angeregt werden muss und sich einfach sonst nicht über längeren Zeitraum hält. Heißt, für euch übersetzt, ihr werdet, wenn ihr einen Reiz gesetzt habt zum Wachstum, vielleicht für ein, vielleicht für zwei Tage, aber selten darüber hinaus noch weiter wachsen. Der Körper kriegt das Signal, A, du musst wachsen und 48 Stunden hält das ungefähr an, vielleicht ein bisschen länger, dann aber nicht mehr. Habt ihr aufgepasst? Ihr wachst dann nicht mehr. Das heißt, man sagt, ihr lasst Potenzial auf die Strecke. Was ist da nicht drin enthalten? Werdet ihr abnehmen in der Zeit? Nein, auch das ist bewiesen. Ihr werdet nicht sofort ab den 48. Stunde plötzlich wieder die Muskeln verlieren. Nein, ihr behaltet die. Ihr seid auf dem nächsten Level und behaltet die erstmal. Bis ein Katabola-Prozess reinkommt, muss schon einiges schief laufen in der Ernährung oder ihr braucht einfach viel Zeit dafür, bis der Körper merkt, okay, ich brauche das nicht mehr über Bord mit der Muskelmasse. Das ist ein grundlegendes Missverständnis. Katabol ist es nicht. Jetzt könnt ihr aber trotzdem denken, dann wachse ich aber doch schneller, wenn ich mehr trainiere. Dann habt ihr aber vergessen, dass ihr nun mal mehr als eine Muskelgruppe habt. Ihr habt eine ganze Menge und das sind eine ganze Menge Baustellen für den Körper. Den ganzen Körper zu trainieren, dann ist es nicht so einfach. Wenn er die Beine, den Rücken, die Brust, die Arme, alles gleichzeitig reparieren muss, da könnt ihr mir glauben, da kommt er nicht weit mit. Denn das ist ein Riesenstress für den Körper und er wird nicht alles gleichzeitig genauso aufbauen, wie wenn ihr nur die Brust trainiert habt. Das lässt sich auch aus der Logik begründen. Das funktioniert nicht. So viel kann der Körper nicht gleichzeitig bearbeiten. Und außerdem haben wir nicht nur Muskeln. Wir haben auch Sehnen, Gelenke, wir haben unser zentrales Nervensystem. Und all das muss auch noch regenerieren. Die Muskeln sind somit das allererste, was wieder regeneriert ist. Die haben sich schnell erholt. Der Rest nicht. Und so viele Kommentare von euch sagen genau das aus unter meinen Videos. Die sagen, oh, ich habe dreimal die Woche Ganzkörper gemacht und jetzt habe ich plötzlich ein Tennisarm, mein Ellbogen tut weh, meine Handgelenke tun weh oder sonst irgendetwas. Ja, es gibt robuste Naturen da draußen, für die funktioniert das, aber für die allermeisten in dem Korridor nicht. Und deswegen, wenn man das alles mit einberechnet, funktioniert es einfach nicht. Ja, man hat diesen einen Punkt der Proteinsynthese, aber der gilt nun mal einfach nicht für alle Muskeln und nicht für die Praxis von den meisten Menschen da draußen, die dann auch noch wahrscheinlich arbeiten. Es haut einfach nicht hin. Es ist einfach nicht wahr. Und so wie die Studien aufgebaut sind, mit der Art der Leute, die das machen und für den Zeitraum von nur ein, zwei oder drei Monaten, die solche Studien gehen, kann man auch nichts erschließen. Das heißt, funktioniert das auch über fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre? Das sind alles Fragen, die werden damit nicht beantwortet, können auch gar nicht, sind viel zu teure Studien, die dann benötigt werden. Und deswegen sind alle Studien im Prinzip mangelhaft und werden auch sehr schnell als solche entblößt, wenn man nun einmal tiefer schaut. So, das waren die fünf Dinge, die einfach nicht wahr sind. Schreibt gerne eure Kommentare dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Oder ob ihr noch irgendwelche ergänzenden Dinge habt, die ihr immer wieder vorfindet, die einfach nicht wahr sind und wo ihr nicht begreifen könnt, warum die noch da sind. Das war es von mir. Ich hoffe, ihr schaut euch auch mal die vielen anderen Videos an auf diesem Kanal. Ansonsten sehen wir uns bald. Euer Gotti.